Ja, wir sind wirklich schön geworden. Ich finde es schön, die Wohnung gefällt mir sehr gut. Ich bin hier seit April 2016. Super Arbeit! Nach so einer langen Zeit gefällt es mir schon, ja. Vor allem die Wohnungen. Und ja, ich bin eigentlich der erste Laden, der aufgetaucht hat. Ja, dann haben wir die Wohnung gesehen, mit Garten nach dem Bahnhof. Ich mag das, wenn etwas von aussen geht und man sieht, dass das Haus wieder etwas höher ist und dass es vorwärts geht. Ja, das gefällt mir gut, doch. Am liebsten ganz hoch irgendwo. Aber es geht nicht. Wir sind beide Pendler und das hat sich so ideal genauer gegeben für uns. Super Arbeit! TIL désol. TIL D Vernier. TIL DER DIN NDR. TIL DER DIN NDR. TIL DER DIN NDR. TIL DIN NDR. Einzigartig macht das Quartier, dass es eben genau einzigartig ist, es gibt nichts Vergleichbares. Es ist modern und hat trotzdem noch einen industriellen Touch und es ist super gelegen. Super Arbeit! Ich habe das Gefühl, es ist wie eine eigene Welt in der Stadt. Ich glaube, dass ich erlebe, wenn ein neues Quartier entsteht. Das habe ich noch nie erlebt und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr voraussichtlich. Das ist mit Sicherheit fast für die Ewigkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.